Das ist Ralf der bessere Schuhmacher, weil es nützt nichts, ob er die Zeichen fahren könnte. Man muss es auch machen. Und Unfall eines Williams. Das ist ein Frenzen, wird hier uns eingeblendet. Das ist Eingang, Start, Zielgeraden. Beide Williams sind draußen momentan, deswegen haben wir kurz gezögert. Ja, das ist Heinz-Harald Frenzens Fahrzeug. Auch vom Streckensprecher bekommen wir diese Bestätigung hereingereicht. Hier, Achtung, Eingang, Kurve. Schlägt rechts an, hat innen gestreift und knallt. Also reiner Fahrfehler. Zu eng die Kurve angefahren. Schlag auf die Lenkung und dann natürlich geradeaus durch diesen Schlag auf die Vorderachse des Autos. Geradeaus in die nächste Leitplanke. Aber der Einschlagwinkel war nicht besonders schlimm. Aber ganz gefährlich für die Hände, dass man sich da die Hände verletzt. Hier jetzt rechts, achten Sie jetzt auf den Lenkeinschlag. Hier schlägt er rechts an, kriegt einen Schlag und dann wird das Auto abgewiesen und dann schlägt er links ein. Die Kamera kann das nicht mehr aufnehmen, die wird zu sehr erschüttert. Und also mit der Andеру Planung. Vielen Dank.